Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 64.000 US-Dollar, wir sehen eine leichte Erholung jetzt 2, 2,5 Tage kurz vor dem Halving. Wir haben aber leider nicht unseren Wiki unten bei knapp 59.800 US-Dollar nicht mehr gefischt. Ob das möglicherweise noch der Fall wird, vielleicht noch vor dem Halving, vielleicht erst nach dem Halving, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Wir werden natürlich auch einen Blick auf Ethereum werfen, wir werden einen Blick auf alles Mögliche werfen, was halt heute im Endeffekt noch so wichtig werden könnte. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale habt, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mich unterstützen wollt und noch eine Börse zum Traden sucht, wo ihr Forex, Stocks und natürlich auch Krypto traden könnt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen, dort kriegt ihr momentan wieder ordentlich Boni zum Abstauben. So, jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, Bitcoin momentan bei 64.168 US-Dollar. Wir sehen, wir hatten hier einen leichten Abverkauf gestern noch einmal, bis auf knapp 61.600 US-Dollar, bis runter hier bis zu unserem Pivot auf dem 4-Stunden-Timefilm. Und wir versuchen uns jetzt hier in Richtung des Golden Pockets bei 65.000 US-Dollar vorzubewegen. Wir machen jetzt das nochmal ganz kurz weg und schauen nochmal so auf die vergangenen Tage. Am Montag hatten wir ja nochmal das Thema, okay, sollten wir hier oben diesen bearischen Retest reinkriegen in die 1 Stunde. Das kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Das war die 1 Stunde plus perfekter Retest von unserer ehemaligen Symmetrical Triangle Uptrend Linie. Da wurden wir zurückgewiesen. Das heißt, wir sind dann nochmal runtergegangen und da habe ich eigentlich gehofft, okay, diese Reaktion hier oben reicht aus, um uns zumindest mal hier unten diesen Rig zu holen bei 59.800 US-Dollar oder sogar noch besser in Richtung 59.000 US-Dollar darunter zu bringen. Ist leider nicht passiert, deswegen sieht es momentan so ein bisschen nach doppeltem Boden aus. Auf Schlusskursbasis, wenn wir uns das mal angucken, hätten wir hier sogar eine leichte Bullish Divergence momentan vorliegen, wenn wir den Rig nicht beachten. Ich finde aber diesen Rig wieder ein bisschen zu groß. Ich meine, wir sprechen hier von knapp 2.000 Dollar, den es dann schon meiner Meinung nach zu beachten gilt. Trotzdem könnte das jetzt erstmal ein positives Zeichen sein, auch mit Halving etc. pp., dass wir hier zumindest kurzfristig jetzt erstmal eine leichte Erholung sehen. Vielleicht nochmal hier erstens in den Bereich der 65.000 US-Dollar vorstoßen. Sollten wir darüber kommen, über die 65.000 US-Dollar, dann wäre der nächste Step hier in Richtung 67.000 bis sogar 69.000 US-Dollar. Ich glaube aber nicht, dass die Power dafür ausreichend ist momentan. Dafür ist die Lage weiterhin im Nahen Osten noch ein bisschen, sagen wir, angespannt, um es so neutral versuchen auszudrücken. Also es ist angespannt. Wir wissen nicht, was da noch passiert. Die Märkte sowieso momentan leicht im Korrekturmodus. Werden wir jetzt natürlich auch nochmal gleich drüber sprechen. Aber trotzdem kurzfristig ist die Möglichkeit, dass wir nochmal hier hochgehen. Und das wäre für mich dann auch nochmal so ein kleines Short-Szenario, weil ich eher oder weiterhin davon ausgehe, dass wir nochmal in Richtung 58.000 US-Dollar oder sogar tiefer gehen. Ihr wisst, ich bin da immer noch so ein bisschen, eventuell ein bisschen pessimistisch, weil ich sage schon die ganze Zeit, dass wir nochmal auf jeden Fall hier runter in Richtung 50.000 US-Dollar gehen sollten. Daran hat sich auch erst einmal nichts geändert, dass es weiterhin eher von Vorteil wäre, eben in diesem Preisbereich hier unten nochmal vorzustoßen, bevor wir dann möglicherweise eine endgültige Rallye nach oben hin sehen. Hat natürlich auch damit zu tun, wir hatten keine Alt-Coin-Season, muss man auch fairerweise dazu sagen. Alt-Coin-Season war es überhaupt nicht. Nicht, auch wenn davon manche gesprochen haben, bin ich immer noch eher skeptisch, was das Ganze anbelangt. Deswegen habe ich gestern nochmal in die Signalgruppe reingeschrieben, dass ihr mir ein paar Alt-Coin schicken sollt, die ich mir dann angucke, aber in einem großen Video, ich habe jetzt keinen Bock wieder 20.000 kleine Videos zu machen, weil die haben wir im Bärenmarkt en masse gemacht einfach, darauf habe ich keine Lust mehr. Aber ich würde nochmal ein größeres Video machen, einfach so mit dem Wichtigsten, was ihr euch gewünscht habt. Und ich habe schon gesehen, es haben ordentlich viele, wenn es jetzt öffnet, hier auf jeden Fall was reingeschrieben. Also nutzt die Möglichkeit, wenn ihr irgendwelche Alt-Coin-Season habt, schreibt die gerne da unten in die Kommentarspalte rein, dafür ist die da in der Signalgruppe, dann werde ich mir die angucken. Ich persönlich, muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, werde kaum noch akkumulieren, weil wir echt bei den meisten Alt-Coins einfach den Boden getroffen haben. Wäre jetzt irgendwie dumm, nochmal seine Entries irgendwie zu verschieben. Es gibt einzelne Projekte, die ich im Blick habe, wo ich noch nicht wirklich viel drin bin, aber das werden wir dann alles in diesem Video eben besprechen. Kommt hoffentlich diese Woche dann, oder im Laufe dieser Woche auf jeden Fall. So, zurück zu Bitcoin, war mir jetzt nochmal gerade ganz wichtig. Mehr hat sich ehrlicherweise auch nicht getan. Wir gucken auf die Funding-Rates, die teilweise sogar echt negativ sind. Also das könnte uns sogar noch in die Karten spielen, was dafür sprechen würde, dass wir hier nochmal eben in diesen Preisbereich vorstoßen, mit eben dieser Chance auf den doppelten Boden, der dann möglicherweise fällt, und uns dann in Richtung 50.000 US-Dollar bringen könnte. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus momentan? Also hier hat sich im Endeffekt auch nicht wirklich viel getan. Ihr seht selber, wir sind weiterhin hier in unserer Downtrend-Phase, beziehungsweise eher in unserem Falling-Rage, je nachdem, wie man es denn möchte. Wir haben auf jeden Fall die Berührungspunkte dazu, je nachdem, wie sich das jetzt fortsetzt. Auch hier immer noch den WIG bei 2.800 US-Dollar, den ich gerne noch gefüllt hätte. Trotzdem kurzfristige Erholung, und da könnte ich mir sogar vorstellen, dass aus diesem Falling-Rage dann eher wirklich ein Downtrend wird, dass wir hier jetzt auch so eine Art doppelten Boden bilden, hier nochmal hochkommen, vielleicht sogar bis in Richtung 3.450 oder 3.500 US-Dollar. Das sind so die nächsten Level, und dass wir dann nochmal einen erneuten Abverkauf sehen. Das würde dann auch dazu passen, dass wir hier wirklich dann so eine Art Downtrend reinkriegen, der dann auch mit mehreren Berührungspunkten hier übereinstimmen würde. Das ist jetzt erstmal so das kurzfristige. Langfristig habe ich aber auch gesagt, das ist schon mal so als Ding, ich werde bei Ethereum frühestens bei 2.500 US-Dollar einsteigen. Vorher, ich habe keine Ethereum-Position, werde ich mir auch vorher nicht zulegen. Das hier unten ist meine Zone, vorher werde ich hier einfach überhaupt nichts machen, wenn ich dann hier unten überhaupt auch einsteigen würde. Trade-technisch lasse ich hier sowieso die Finger davon, dafür ist mir das Ganze hier etwas zu heikel. So, gehen wir rüber zu Gold. Wie sieht es dort aus? Wir haben unser Ziellevel erreicht, das war ja hier die Short-Position, wo ich mir überlegt habe, die 2.394 in das Golden Pocket rein. Das sieht momentan ganz gut aus. Trade läuft auf jeden Fall. Auch hier würde ich aber dann, da gehen wir jetzt mal ganz kurz in den 1-Stunden-Timeframe rein, erste Profite oder zumindest mal Stop-Loss-Entry würde ich hier bei 2.376 US-Dollar nehmen, einfach wegen der 1-Stunden-Demand-Zone, die hier unten dann reinkommt. Ansonsten den Rest besprechen wir morgen. Short-Trade läuft auf jeden Fall. Long-Position als Hedge auch weiterhin. Aber Korrekturmodus könnt ihr jetzt hier erst einmal leicht, aufgrund auch der Entspannung, der leichten Entspannung im Nahen Osten, muss man ja mal ein bisschen vorsichtig sein, wie man das hier ein bisschen rausposaunt, könnte das jetzt hier erst einmal ganz gut passen. Also Trade, Golden Pocket läuft. So, dann gehen wir rüber zum Euro gegenüber dem US-Dollar. Auch hier bin ich momentan hin und her gerissen, in den Trade reinzugehen. Warum? Weil wir einerseits natürlich jetzt langsam eine Bullish-Divergence hier reinkriegen. Ihr seht schon, das Setup war von gestern. Ich bin noch nicht reingegangen. Das heißt, war vielleicht ganz gut jetzt so im Nachhinein. Wir haben hier halt noch im 4-Stunden-Timeframe einige kleinere Ineffizienzen, die eigentlich noch gefüllt werden sollten. Das heißt, hier dieser Preisbereich um 1,058 Euro. Habe ich momentan zumindest ein bisschen eher im Blick. Das heißt, das Risk würde nochmal deutlich, deutlich sinken. Wer die Position noch offen hat, hat ein bisschen mehr Spielraum. Wir haben aber gesagt, okay, wir schließen die Position hier bei 1,06,0. Das heißt, die Position Short ist zu. Die Long-Position würde ich dann aber hier gegebenenfalls irgendwo in diesem Preisbereich, wo wir uns derzeit befinden, reinhauen. Und ein Stop-Loss bin ich auch gerade noch ein bisschen überlegen, ob wir den unter 1,047 Euro runterklatschen. Ist zwar ein größeres Risk für einen Forex-Trade, aber ich glaube, momentan kann man das möglicherweise eingehen. Aber da werde ich auch im Laufe des Tages hoffentlich dann nochmal Bescheid geben. Also ich hoffe, dass wir hier dann irgendwie in diesen Preisbereich dann auch reinkommen und dieser dann auch hält für uns. Ansonsten, übergeordnet, können wir das FIP mal wegmachen. Untergeordnet, wie gesagt, das ist jetzt die nächste entscheidende Zone hier für Euro gegenüber US-Dollar. Große, große Buy-Box, die dazu führen könnte, dass wir hier dann den ersten Bounce nach oben hin, zumindest kurzfristig, reinbekommen. Also, erster Entry wäre dann hier unten so bei 1,058 Euro derzeit. So, gehen wir rüber zu den Forex, äh, zum Stockmärkten, sorry, bin noch nicht ganz wach anscheinend heute. Hier haben wir eben diesen Abverkauf gesehen, weshalb ich gesagt habe, okay, man muss das Ganze ein bisschen vorsichtiger gestalten. Wir sind jetzt aus diesem Downtrend sogar nochmal nach unten ausgebrochen, haben diese wichtige Support-Box hier bei 5.080 bis 5.065 Punkte beim S&P 500 auch nach unten hin verlassen. Kurzfristige Erholung ist auch hier nochmal möglich, zumindest mal in dem Bereich der 5.145. Dann wären wir hier oben in dieser 4-Stunden-Supply-Zone. Sollten wir da reinkommen, wird das wahrscheinlich dann jetzt endgültig mal ein Short-End-View und ich rechne damit, dass wir einen größeren Abverkauf erleben sollten. Die Struktur absolut jetzt endgültig hier beim S&P 500 erst einmal durchbrochen und meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr Bullish. Schauen wir uns das Ganze nochmal ganz kurz beim Nasdaq an. Wie sieht es dort aus? Hier muss man auch ehrlicherweise sagen, nach dieser ewig langen Seitwärtsphase sind wir jetzt auch hier erstmal drunter geclosed, heißt aber noch nichts, also Nasdaq muss man fairerweise sagen, Bullisher sollten wir diesen Preisbereich jetzt hier halten können. Das wäre die Bullisher-Variante. Ansonsten, sobald wir hier hochgehen, werde ich trotzdem wahrscheinlich einen Short probieren und hier diese Supply-Zone mit inklusive Pivot, was hier oben auch noch liegt, shorten und dann hoffen, dass wir hier auch einen kompletten Breakdown nach unten hin erst einmal bekommen und dass auch die Märkte trifft. Das würde natürlich dann auch bedeuten, dass Bitcoin ordentlich nochmal unter die Räder kommt. Ansonsten war es das für heute von meiner Seite. Mehr gibt es derzeit einfach nicht zu besprechen. Relativ ruhig, wie gesagt, Altcoins. Überlegt euch gut, in welche ihr noch reingeht und wo es überhaupt teilweise noch Sinn macht, in irgendwelche Altcoins ranzustoßen. Wie gesagt, ich werde mich diese Woche ums Thema kümmern, dass wir noch ein paar angucken. Und ansonsten, ja, war es das von meiner Seite. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und ich würde sagen, wir hören uns dann morgen früh wieder zu einem Update-Video. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.